Schöne Tod. Mein Rettung ist bereit. Ich brauche diesen Schiff. Ich brauche etwas zu töten. Unsere Soldaten sind in Gefahr. Unsere Forsten sind in Gefahr. Ja, gib mir etwas, was zu töten. Ich bin bereit. Mein Rettung ist bereit. Sag mir! Ich kann die Flüge nicht mehr machen. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich steck euch an den Flügel. Die Flügel sind veröffentlicht. Ich habe mich an den Flügel aufgeteilt. So, wie steht's denn hier? Gerne die Gießerei. Kann ich demnächst bauen? Werde ich auch bauen. Ich kann sie bauen. Ich krieg fast alles. So, dann kommt auch ordentlich Geld rein. Es ist nämlich schon wieder Tag 30 und ich bin noch nicht so weit, wie erwartet. Ich rechne mit drei Städten. Immer. Habt ihr gesehen, wie wir da rauskamen gerade? Ui. Das kann übel werden. Oh, da. Ich brauche die Städte. Ja, erzähl mir, was zu töten. Unsere Städte sind gefährlich. Sag mir, deine dunkle Städte. Oh, Zai. So, nachdem die Gebäude weg sind, sollte man es eigentlich ganz gut schaffen. So, wenn die Bank jetzt steht, achten wir auf unser Geldeinkommen. Wer willst du mit japanisch? Let's go. Okay, ich dachte, ich habe angehalten. Ich erforsche es mal. Oder ich mache es mit dem Schockturm. Ich mache mal den Schockturm erst mal. Den kann ich wahrscheinlich eher gebrauchen als das Kraftwerk. Ich weiß es aber nicht. Okay, wir haben einiges mehr jetzt. Okay, wir brauchen 100 Nahrung und 50 Energie. Die Steine müssen wir jetzt eigentlich auch maximal haben können bald. Ah, das ist blöd. Habe ich schlecht platziert. Seiten. Wenn ich es mal hinkriege. 60. Und 43, so ist besser. Dann haben wir euch das schon mal. Da brauche ich bloß noch die Energie. Für die ich keine Arbeiter mehr habe. So. Die Träume der Gehirn sind explodiert. Ein tolles Ziel. Habe ich ja. Habe ich ja. Habe ich ja. Irgendwie ist da drin auch deutlich mehr als in den... Die am Zweiter werden. Was ist denn das für ein Säufervolk hier? Habe ich ja noch aus? Nö. Geld ist voll. Ah, Holz. Okay. Holz kann ich mich dann hier wieder ausbreiten weiter. Habe ich mir deine dunkle Säufer. Ich brauche das Schal. Was? Geh mal. Und hol mir das ganze Stein. Den ganzen Stein. Und hier. Okay, fehlt es jetzt an Arbeitern. Wir haben immer noch nicht genug nach. Achso, die bauen alle noch. Okay. Energie könnten wir jetzt demnächst haben. Oh, das war viel zu viel Stein. Äh, Energieprobleme. Vielleicht brauche ich doch mal ein Kraftwerk. Okay, 121 Energie. Holz und Stein. Hammergleich. Ich würde das jetzt wirklich gerne mal bauen. Wenn ich das Ding abreiße, kann ich das dann immer noch hinbauen? Okay, krieg mal hin. Krieg mal wirklich hin. Hä? Oh, achso, wir speichern. Wieso konnte ich die Bank eigentlich schon bauen? Frage ich mich gerade. Ich hatte eigentlich nicht genug. Ja, ich verschwende wahrscheinlich ein bisschen. Ist jetzt gerade nicht so wichtig. Ich will das Ding sofort mal bauen. Komm schon. Hundert Arbeiter, damit kann ich doch bestimmt arbeiten. Ja, hier geht's. Arbeiterwitz. Ehrlich gesagt, ich will jetzt dieses ganze Gebiet hier befrieden. Befriedigen, sondern befrieden. Ja, hier geht's. Ich muss etwas zerstören. Ein Sniper ist bereit. A new Tass. Meine Rettung ist bereit. Wie ein Pferd mit einem Spray. Jetzt kommen wir wieder die Nahrungsprobleme. Da müsste ich auch mal weiter. Der Sniper ist bereit. Achtung! Das Gebiet ist ein guter Schnitt. Es ist ein schöner Tag, um sterben. Du musst mal kurz gucken. Du musst mal ein bisschen hier rumschauen. Okay. Oh, okay. Dann baue ich mich bis hierher aus. Oh, das ist gut. Ich komme bestimmt hier. Es ist Tag 34. Ich muss die Gießerei bauen. Ich glaube, das hat echt was gebracht. Ich muss mal kurz gucken. Ich muss mal kurz gucken. Ich habe nämlich einen enormen Respekt vor diesen, sagen wir mal, Wellen. Das war so doof. Die Hälfte übrigens auch fällt mir gerade so auf. Ah, okay, schocktum. Wir haben auf jeden Fall diesmal viel besseres Einkommen als das letzte Mal. Ich glaube, ich werde hier Steinwelle davor zimmern. Die beiden bleiben mal stehen. Wir müssen aber nebenbei hier tatsächlich weiter ausbauen. Kann ich hier dann zumachen? Und hier vielleicht auch? Ich hätte langsam gerne große Mühlen. Da würde ich auch gerne weiterkommen. Ich finde es schade, dass die Mühlen nicht irgendwie einen Bonus kriegen. Man mangelt es an Holz. Das kann wirklich weg. Ich hätte wirklich gerne, dass die Mühlen ein bisschen Bonus kriegen hier vom Lagerhaus. Aber das bringt gerade nichts. Dann kann ich mir hier Eisen holen, das Stein. Hier werde ich auf jeden Fall dieses Öl dann holen. Ja, gib mir etwas, was zu schützen. Die könnten allerdings, äh, ich wollte gerade sagen, die könnten allerdings, wenn wir Pech haben, auch hier oben kommen. Wer willst du, wenn ich mich umdrehen? Kann ich hier noch... Da fehlt ein bisschen Holz. Ihr müsst aber gleich, weil ich jetzt reinkommen. Ja, auch bloß noch plus 15 Holz. Du darfst hierbleiben. Wohlfühlen ist anders, aber anders geht's gar nicht. Hab ich eigentlich die Fallen nicht. Nö, hab ich gar nicht. Das würde ich vielleicht mal tun. Danach kann ich die Gießerei angehen, irgendwann. Wenn ich dann noch lebe. Kann ich denn noch hier irgendwas... Das Gebäude hat keine Energieversorgung in diesem Gebiet. Das ist absolut schwachsinniger Grund eigentlich. mehr. Okay, hier sind wir auch erstmal sicher hier unten. Schaffen die schon? Sieht gar nicht so schlecht aus, wenn ich ehrlich bin. Das war's schon. Ich habe etwas geschaffen. Ich habe etwas geschaffen. Ich muss etwas töten. Die Kolonie ist unter Angriff. sag doch wir müssen ja irgendwann noch dicht machen kommt noch ein bisschen mehr auf uns zu wie mir scheint achte scheiße das war eine störwelle hier gut dass ich das gerade ausbauen wenn ich ehrlich bin ihr geht mal runter das könnte übel ausgehen jetzt verliere ich ein bisschen was okay dem geht es gut alles mal aufbauen es ist ein bisschen semi gut wenn ich ehrlich bin wenn die da sind dann haben wir es geschafft aufgehalten ja das ist problem weil ich hier noch nicht fertig war ich brauche irgendwo dann später auf jeden fall noch kann es ja wieder vorgehen okay muss ich nicht mehr hinter der frau verstecken hier sollte ich dann später auch zu machen haben wir natürlich hoffenweise stein verloren hier geht mal da hoch ich möchte das nicht noch mal erleben ok hier baue ich auf jeden fall defensive hin ja auch wir haben holz probleme wir haben eine menge holz hier so holz würde ich auch wie gesagt sie müssen wir zu wenig okay das im wald und deshalb ist es so gut ach so da ist ja noch dann würde ich sagen ja fangen wir mal hier ein bisschen an aber noch ein bisschen schutz haben das ist zwar ein recht großes gebiet aber ich glaube das können wir dann ganz gut halten was brauchen wir denn dafür jetzt mehr energie und mehr stein an energie arbeite ich das ist eigentlich die perfekte fläche um mir ordentlich energie zu erzeugen da vielleicht nicht ich brauche dann auch nicht weiter ja volltreffer volltreffer sind immer gut wenn es die gegner trifft kann ich ja vielleicht eingrenzen sogar noch so wie steht es denn hier unten ich baue noch hier eins das ist die perfekte defensiv basis ich überlege gerade bis dahin ist es zu riskant ich glaube ich werde gerne so hier schräg dann zu machen dann brauchen wir jetzt demnächst die gießerei die kann ich von mir jetzt hier bauen würde ich hier vorne dann auch weiter bauen bilden wir noch aus brauche ich den ich mache ihn mal unser geld und alles sinkt gerade tatsächlich enorm das bringt das immer noch zehn kann auch nicht direkt infiziert werden zwölf äh ist doch in der nähe von was 15 15 15 ich sollte für den anfang hier unten bereichen kann hier schon mal nichts mehr passieren ihr geht mal wieder rüber hier müsste das eigentlich halten können wird das hier die nächste stelle die wir zumachen das müssen sie eigentlich packen allerdings bin ich da ein bisschen unsicher obwohl die packen ist geht hoch sind wir zu heiß wir müssen auch weitermachen hier will ich gerne defensive bauen hier will ich den defensiven bauen tag 38 ich glaube es läuft einigermaßen stein und gold kommt bald rein aber ich wollte gerade sagen oh veteranen sniper und veteranenjäger okay die brauche ich jetzt nicht unbedingt aber es stimmt tatsächlich je mehr leute da einfluss haben die haben jetzt übrigens 40 prozent bonus plus 10 prozent und nochmal 30 davon ich will trotzdem tatsächlich als nächstes die gehisserei gerne haben ein glück habe ich den zurückgezogen der welt tot der veteran stehen bleiben okay ich verschwende geld ich brauche stein ich mache mal diesen hier Oh, Gold kriegen wir auch noch. Fällt mir. Fünf. Achso, keine Rohstoffe, okay. Ich brauche etwas zu töten. Du bist eine Verwägung, die später kommt. Du gehst mal kurz hinter. Wenn der Sonnen-Wenn-Wenn-M doch mal wirft von seinem ätzenden Spuckerzeug, ist das nicht gut für seine Gesundheit, habe ich gehört. Okay, Tag 39. Geld? Bitte? Ja, erzähl mir, was zu töten. Oh ja, super. Irgendwann will gerade in den Vordergrund gehen, ich weiß nicht was. Blöde Nase. Läuft ständig weg. Tod, herzlöser Tod. Achtung, Gebäude complete. Ja, erzähl mir, was zu töten. Okay, die ist ja reißfertig, dann... Was macht denn der denn? Ich würde die gerne... ...andere Sachen ausbauen, aber ich brauche... ...das Ingenieurszentrum auf jeden Fall und dann die Ölplattform. Ich bin bereit. Es könnte demnächst ein neuer Angriff kommen. Ja, gib mir etwas, was zu töten. Ja. Geld. Danke. Ähm. Das ist jetzt der... ...die Grundverteidigung. Da kommt noch mehr. Da kommt dann jetzt noch ein, zwei Ballisten hin und dann wird's mehr. So, wie hier. Westen. Das ist ganz gut, dann... ...kann ich vielleicht gleich hier... ...so, komme ich nie zu Geld. Also hier kann ich noch einen Haufen Eisen holen. Sie sind in der Schraubungsschutz, die gegen die Schraubungsschäfte, die strainingen... ...die... ...hörst du dich... ...mach mir doch mal dicht. Unsere Forces sind in Gefahr. Ich muss etwas töten. Ihr geht? Ihr bleibt? Ja, das ist wiederum. Oh! Meine Rettung ist bereit. Sie versuchen, durchzuführen. Ich glaube mal, die finale Welle wird hier ein Treffen. Ich baue hier dann noch was hin und dann baue ich hier noch mehr Defensive rein. Was? Wollt ihr weg? Er hat sich wohl in den나? Nein, ich habe hier noch einen Treffen sicher. Ich habe hier noch einen Treffen verbehet. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020